So bunt wie jetzt nämlich meine Show zu Ende geht, so bunt soll es bei euch weitergehen heute zum Lichterfest. Ich bedanke mich nochmal ganz ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Du darfst auch jetzt mal einen festhalten. Und wer mich mal sehen möchte oder buchen möchte, darf das gerne tun. Der findet mich im Internet unter www.zinoshow.de. Du darfst auch einen festhalten, damit du nicht so traurig guckst. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und du willst auch einen? Ich sammle aber dann wieder einen, okay? Okay, darfst du mal festhalten, weil du so schön gefragt hast. Ganz großen Applaus für unsere Tipps, die alle mitgemacht haben. Ups, ganz traurig. Ist auch einen gekommen? Okay. Bitteschön, darfst auch einen halten. Und jetzt halten wir die Schirmchen mal so offen. Denn zum Abschluss, so wie das bei uns braucht ist, wird der Willi noch etwas zur Trompete spielen. Willi, was wirst du uns spielen? Nein, ich bin nichts. Du kannst mich jetzt noch nicht alleine und im Stich lassen. Wir haben immer zum Abschluss, haben wir etwas gespielt, zum Schluss auf der Trompete. Also, was wirst du uns spielen? Nein, ich bin nichts. Und du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Ich weiß. Und? Ich habe einen Gast mitgebracht. Du hast einen Gast mitgebracht, wo ist er denn? Na, im Koffer. Im Koffer? Ach, du liebe Zeit. Na, wie sehe ich Angst? Das kann ich dir nicht sagen. Na komm, der erste Gedanke ist immer der beste. Du siehst aus wie Angela Merkel. Nein, ich singe aus wie Heino der Vogel. Ähm, was wirst du machen? Ich singe. Du weißt aber schon, dass Heino ein bisschen eine tiefe Stimme hat. Ja, das weiß ich. Was wirst du uns denn singen? So ein Tag, so wunderschön wie heute. Na dann, gebe ich dir noch mal ein kleines Bisschen, und dann geht's los. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der wirst du nie sein gehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Und der weiß, wann wir uns wiedersehen. Wie wiedersehen. Das war dein Applaus, Willi. Und weil die Leute so nett fragen, machen wir jetzt noch einen auf der Trompete. Ganz zum Abschluss, bevor die Hudson-Bossen wieder weitermachen. Und, Willi, soll ich jetzt noch, was spielst du jetzt im Schluss? Na, soll ich jetzt jetzt sein? Okay. Vielen Dank. Danke. Danke. Musik Musik Willi, das war jetzt nicht ganz korrekt gespielt, aber bei den vielen Reden trockenen Mund heute, sei es uns verziehen. Großen Applaus nochmal für alle, die mitgemacht haben. Ich wünsche jetzt viel Spaß weiter mit den Putzenbossen und ich sage auf Wiedersehen und Tschüss.